Das war doch safe wieder deine Ult, oder? Das war doch safe wieder deine Ult. Das komplette nächste Video wird einfach nur von deinen Misplays sein, Alter. Ey, bei den Shimbang kommt das Davids Special. Wie gesagt, da brauch ich noch ein paar Clips. Ich mein, ich hab zwar safe schon irgendwie so... Achtung, warum in den ganzen Clutches rein... Chillen, chillen jetzt, chillen, chillen. Ich flashe ihn jetzt, ich flashe. Ist auch flasht. Ich sag's doch extra. Aber er hat gleich hingeguckt, um mir echt zu sein. David, eine deiner Juke, zieh Sie, die Luke ist das Scheiße. Junge, ich hole locker drei Sekunden bevor ich Flash hab ihn. Weißt du, sie sitzt jetzt? Was soll ich warten jetzt? Bist du da oben? Ja, David, danke, danke. Das war nicht richtig, aber... Gulag, es war nicht richtig, ja. Es fehlen sich Flash, kommt weg! Hahahaha, Pulag! Kumpst weg, weh! In my way my, 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 in my way. Davids flash ist wieder af, Davids. Es ist so ein Trauerspiel, David. Einer hat's red, Evan. Heaven, Heaven, Emma. Einer hat's red! David, du hast mich einge-wallt. Oh, scheiß wie ich's die gewalt. Passiert. Nächste Clip ist direkt ready, Alter. Da wirst du jetzt chillt. Hä, Ben? Das ist der Shotgun. Ja, warum so? Irgendwas ist das für eine Wall? Einmal ist hinten. Nehmen sich die Wall-Käste. Aber warum trollt ihr denn so mit der Wall? Wunderbar. Ich hab das nicht gesehen, Digga. Ich hab so unfreit. Ich hab das nicht gesehen. Ich werd mal nen Dekadage reinholen. Ja, ich hab Ult auch, Digga. Doch, Junge, warte. Das ist gut. Wenn du einfach meine Zeit und dich gedulden kannst, das wird gut. Ja, okay. Brauchte ein Arrow? Pass auf, die Reina ist da in der letzten Runde rausgefuscht. Wir gehen close, dann Ult ich und du is direkt mit danach. Und dann kannst du Pre-Kill servieren. Brauchte ein Arrow? Okay, ich Ult jetzt rein. Und ich geb jetzt über den Kill. BGH! David, ich werde einfach die Wider auf dich beten. BGH BGH Schroll. Oh mein Gott, ich bin so schlecht, Digga Oh Nils, du Bastard, Alter David blockt mich doch nicht, Mann David, Junge, warum musst du denn vor mich laufen? Ja, 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 ja Oh mein Gott, Digga Könnte ja oben durch sein, ja, wir haben mitgegen Nein Ich bin so schlecht, Digga Ja, ich hab's aber gekocht, Digga Das braucht immer wenn die ganzen Klettsches rein, Digga Ich flashe Junge, ich kohle in locker drei Sekunden bevor ich flasher nehm und wenn bei dem guckst du wie zum Reh auf der Autobahn.